Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Rätsel hier in Deadfall Adventure. Ich muss hier irgendwelche Spiegel zum Leuchten bringen. Oder habe ich da noch einen vergessen? Okay, nur noch eine. Oh, ich dachte... Oh, wie theatralisch der Ausgang der letzten Folge vollkommen unnützvoll. Einer ist noch übrig. Einen haben wir noch, und zwar ihn hier. Warum eigentlich? Kommen wir da nicht hin? Doch. Habe ich dich vergessen? Komm, Quarter, Mänchen. Jetzt. Oh, geheimnisvoll. Ich habe doch noch gar nicht alles abgesucht. Und das muss unser geschützter Gastgeber sein. Der Pharao mit dem Fable fürs Dramatische. Du bist aber stark. Bravo, Herr Quarter, Mänchen. Das ist schon das zweite Mal, dass Sie uns heute behilflich waren. Würden Sie jetzt bitte vom Grab mal zurücktreten, damit ich mich um das Herz kümmern kann? Vorsicht! Nach meinen Recherchen kann das Grab mal den ganzen Raum einstürzen lassen. Ist er doch schon halbwegs. Gib ihm einen Stoß! Los, schubs ihn, schubs ihn! Leer? Warum ist es leer? Was haben Sie damit gemacht? Kein magisches Herz drin. Nicht mal ein magischer Blinddarm. Idiot! Das Herz von Atlantis birgt unglaubliche Macht in sich. Erschaffen von der größten Zivilisation, die je auf Erden existierte. Es sollte hier sein. Es muss hier sein. Ich... Ich verstehe nicht. Hey! Besserwisserin! Helfen Sie dem Doktor! Nur über meine Leiche! Vorsicht, voll ein Goodwin! Hauptsturmführer Stein würde Ihrer Bitte nur zu gerne entsprechen. Okay, okay! Ein gebrochenes Herz kann niemals schlagen. Es bindet... Hm... Einen hungernden oder ausgehungerten... König? Den Rest kann ich nicht erkennen. Irgendetwas über das Bein eines Lotsen... Und schon wieder waren Sie uns behilflich, Fräulein Goodwin. Anubis, der Smaragdgott. Er geleitete die Pharaonen auf ihrer letzten Reise. Selbst die Einbalsamierer trugen seine Maske. Ein Mann mit dem Kopf eines Schakals... Sie reden zu viel. Das sieht aber auch nur wie so ein Fragment aus. Es ist nur ein Teil. Sag ich doch. Die Wächter müssen es aufgeteilt haben. Ach, was. Aber wo haben Sie die andere Hälfte hingebracht? Naja, ein Versuch war es wert. Zeit, die Heimreise anzutreten. Gute Arbeit. Nicht so schnell, Herr Quartermain. Fräulein Goodwin? Wären Sie so nett, das Fragment in den Schrein dort drüben zu legen? Ich würde es ja selbst machen. Aber... Nun, da könnten noch mehr Fallen sein. Weiger und? E-Drücken, um das Herz abzulegen? Das sollte sie doch machen! Was hatte ich so verstanden? Ah! Hübsch! Was jetzt? Cursor bewegt Maus. Linken. Hü? Da. Aha, ich kann hier... Oh, hübsch! Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein, 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 hier ist das weg. Drücken, linke Maustaste. Ja, wir drehen dann mal, bis wir nicht mehr drehen können. Das war jetzt sehr kompliziert. Ein Hologramm. Von was denn eigentlich? Unglaublich. Sternenkonstellationen. Ach so? Hauptsturmführer, ich glaube, wir können gehen. Gut. Auf Wiedersehen, Quartermann. Die schönen Statuen. Alles geht kaputt. Nehmen Sie Fräulein Goodwin und verschwinden Sie von hier. Sie müssen hier raus. Hier. Sie werden beides brauchen. Und jetzt laufen Sie. Ich bin Shepard. Stein traut mir. Und das soll so bleiben. Also los. Oh, ein Verräter. Ein Doppelagent. Ein, ein, ein Freund. Muss ich jetzt laufen? Ich habe eine Taschenlampe! Oh, ich freue mich so. Eine Taschenlampe. Oh, der hat zwei Taschenlampen im Kopf. Oh, nein, lass mich nachladen. Kann ich nicht meine beiden Waffen nehmen hier? Ah! Lass mich die Waffen doch mal auswählen. Hund. Klaufe an dir vorbei. Halte links. Ach, du Scheiße. F. F. Bitch. Ich schwäche den damit. Ah. Kann man denn mit den Spiegeln hier noch was machen? Nein. Oh, nachladen, 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 nachladen. Halte alt links gedrückt. Halt links. Das muss ich mir mal woanders auflegen. Oh, sie ist weg. Machen überdenken. Ja. Ich habe noch keine Schatzkarte. Ich weiß, ich will jetzt mal in die Optionen. Dann werden wir mal... Oh, beinahe. Steuerung. Äh, äh. Taschenlampe. Primär F. Nahkampf. Wo war denn das? Taschenlampe alt links. Q. Und E ist hier auch nicht belegt. Das ist, glaube ich, ein bisschen günstiger. So, zurück. So. Gut. Ja. Weiter geht's. Hier ist ein Schädelraum. Aha. Ach so, nur einmal kurz drücken. Ah. Und lange drücken macht denn das? Ah. Ich kann messen. Oh, die leuchten aber nicht. Aber mir fehlen, glaube ich, auch noch... Bist du noch da, Kleines? Sackasse? Ich brauche Schätze. Ich bin Quarterman. Ich muss doch Schätze finden. Fürs Bankkonto. Ich glaube, wir haben ein Problem. Keine... Ach, Schiete. Ja, du hast recht. Ich habe ein Problem. Ich habe mir das jetzt eben verstellt. Wo machen wir denn den Angriff hin? Auf V? Sorry. Aber... Das geht nicht anders. V. Und... Wegpunktmarkierung? Keine. Allgemein. Ups. Genutzen. Rückgeschritten. Wegpunktmarkierung. Äh. Aus D2, würde ich sagen. Wegpunktmarkieren. Haben wir denn jetzt alles belegt? Sieht so aus, ne? So. Zurück, zurück, zurück. Bestätigen. Spiel. So. Aufnehmen. Muss doch meine Schätze aufnehmen. Waterman, Hilfe! Ich rutsche ab! Halt dich fest! Gib mir deine Hand! Wow! Oh! Was jetzt? Au! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Zeit, was für mein Geld zu tun. Aha, von da oben. Von da oben. Taschenlampe. F. Was ist das hier? Kann ich hier was machen? Nein, das ist ein Generator. Ich rutsche ab. Oh. Oh. Licht mögen sie nicht. Handgranaten! Kann ich die nehmen? Oh, gleich unendlich. Oh, gut. Waffen. Die drücken, um die MP38 aufzunehmen. Die hat auch Licht. Oh, die ist ja gut. Hab ich jetzt noch... Warte mal, X war das. Ja. Munition. Was ist das denn? Wow. Aber die ist gut. Da liegt noch was. Was liegt hier? Und ein Revolver. Ah, da machst du vorne auch Licht aus. Das ist ja sehr ordentlich. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ein leeres Grab. Ich brauche Schätze. Das wisst ihr. Geht nicht. Geht nicht. So. Die Kiste? Die ist schön klein. Nein. Nochmal. Bitte. Komm. Kiste. Ah! Na gut. Da geht's nirgendwo weiter. Bist du auch da, Kleine? Wo ist sie? Meiner Meinung nach hab ich sie doch gesehen. Nein. Bin ich ganz allein? Ach, da bin ich durchgebrochen. Da geht ne Leiter hoch. Da ist ein Raum. Da ist ein Raum. Da ist ein großer Raum. Sollte ich jetzt hier lang gehen? Ja, ich sollte hier lang gehen. Ohoho! Gas, 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 Gas. Ach, da ist sie doch. Lässt mich mal wieder alles alleine machen, ne? Ja, ja, ja. Fast erstickt. Oh. Oh, was ist das hier? Ein Knopf. Oh. Ich wollte doch noch in den anderen Raum. Kacke. Ah, das spart Munition. Obwohl ich ja hiervon genug hab. So, hier ist nix weiter. Du bist so ruhig, Kleines. Hier liegt der Soldat. Den kann ich aber nicht durchsuchen. Na, ich behalte mal meine Maschinenpistole. Ah, TNT. Was? Fuck. Hey, ich hab euch eben den Arsch gerettet. Ah, jetzt sind sie wieder ein bisschen abgelenkt. Ob ich nochmal Dynamit reinwerfe? Ja, Dynamit. Was macht er denn da? Ich erlöse ihn. Ich bekomme ihn nicht erlöst. Das scheint noch mehr zu sein. Lassen wir ihn mal da weiterlaufen. Da ist einer. Oh, das war ziemlich dicht. Ah. Ich kann nicht hier hochklettern. Oh, der Mann kann keine Leitern hochklettern. Ich weiß, man hat einen Kompass. Der sollte ein... Ah, der... Uh. Ich hab nix mehr. Überall noch Handgranaten. Ja, der bewegt sich. Na? Wie schmeckt dir das? Ruhe. Uh. Pause.